Wie geht das bei Parallel, ich weiß es nicht. Doch, bestimmt. Aber wahrscheinlich... Warte mal, ich würde mal gucken, wenn wir nicht gerade die Zone annehmen, sondern wenn wir da vorne hingehen, ob wir das da einstellen können. 1 gegen 1, 2 gegen 3. Das ist Schaukampf. Bin ich hier richtig? Da glaube ich bestimmt noch. Ne, da hinten. Parallel Quest. Ja, vielleicht war das echt nur... Vielleicht habe ich da echt Fehler gemacht, sondern Parallel Quest geht nicht. Aber es müsste. Ich denke schon. So. Angriff der Seite. Jetzt zauber los. Jetzt zauber los. Zauber los. Zauber los nochmals. So, drück mal irgendwie Start oder irgendwas. Kann man hier so machen. Warte mal, klapp mal meinen Computer auf. Warte mal, ich brech mal ab. Leute machen das jetzt hier live im Video. Klapp. Test. Klapp. Aufgeklappt. So. So, Optionen. Optionen. Steuerung. Steuerung. So, wir setzen dich jetzt mal auf Tastatur. Tastatur. So. 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 S2 und S1 nimmt das zusammen. Hm. Das ist sehr sehr merkwürdig. Hm. Vielleicht geht das wirklich nur beim Versus Modus zu zweit und dann nicht? Keine Ahnung. Hm. So. 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 Der war da... ne, nicht da. Der war dahinten. Ich will einen Sprint haben! Niemals! Ich hätte eben am Anfang nicht so viel scouten sollen. Ja, das hättest du gleich gewonnen. Eigentlich wahrscheinlich nicht gewonnen. So gerade auch. So. Dude! Ja! Dann machen wir jetzt Jokers gegeneinander. Ich nehm Vegeta! Dann nehme ich halt Piccolo. Drück Start! Start! Und was ist der eigentlich noch für den anderen? Achso. So normal oder... Nein. Und der? Weißt du auch welche? Ich such gerade. Was ist der eigentlich? Bestimmt irgendeinen. Kurze Haken? Achso. Nee, die Werte sind einfach noch anders. Achso. Ja. Okay, egal. Und bei dem? Die Werte sind gleich. Der hat keinen Schwanz. So. Gleiche Handschuhe, gleiche Schuhe, gleiche Hose. Egal. 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 Ich mach sowas noch platt. So färger kam. Fast schon ein bisschen. Oh ja. Und jetzt gewinne ich. Bist du bereit? Natürlich bin ich bereit. Natürlich bin ich bereit. Au. Na? Au. Wo? Wo kam das denn jetzt her? Zu dumm wenn der Angriff nicht so weit geht, hm? Boah. Das war meine Speziale in Spirale. Und. Explosiv. Kacke. Ja. Das war mal feinende Flash. Ich hab mich getroffen, aber... Ups. Dankeschön. Gerne geschehen. Gerne geschehen, ja. Gerne geschehen. Ja. Gerne geschehen. Sollte vielleicht mal wieder Energie laden. Oh. Sollte vielleicht mal aus dem Weg gehen. Pass. Kann ich rüber schwenken? Nein. Schade. Tja. Dunkel laufen, hm? Ja. Dunkel laufen, hm? Das ist also reise. Ja. Ja, ich glaub das ist weil wir so weit weg von der Kamera sind. Das kann sein, ja. Ist aber gut gemacht. Ja. Na warte. Ja, helfe nicht dran. Oh. Hier helfe nicht. Ist das der Urknallangriff? Das ist bei mir vielleicht. Achso. Ich glaub das wäre der Urknallangriff. Das ist bei mir vielleicht. Der Urknallangriff ist der blaue. Krass. Der da. Der immer wieder getroffen wird. So. Oh je. Nein kann ich nicht. Ach das war der. Ja. Ich muss erstmal mit den Angriffen klarkommen. Oh. Oh. Au. Na, cheese. Drax hat auch flavor. Trax hat auch flavor! Oh, noch lebe ich! Wieso? Du müsstest töten. Warum durftest du überleben und ich nicht? Weil ich awesome bin! Das ist so unfair. Ich glaube wir schalten erstmal ein paar Charaktere frei, oder? Ja, ich glaube auch. Habt ihr das gesehen? Ich hab's ihnen voll platt gemacht, weil das auch so ein fairer Kampf war. Okay, ich hätte fast verloren. Parallel-Quest oder Dings-Routine? Mir egal. Dann machen wir nochmal Parallel-Quest. Du kannst ja jetzt Raditz fertig machen. Ah ja, genau. Ich mach jetzt Raditz fertig, Leute. Ich zeig euch mal wie das geht. Kann man hier runter? Wie springt man nochmal? Nein, kann man nicht. Ja, aber da könnten wir jetzt Wasser. So. Oder nochmal die Karte aufrücken? Mach doch hier. Oh, das ist da links. Das will ich aber nicht. Auf zu Raditz! Ne, ich darf ja nicht Raditz machen. Mit dem kommt man ja zusammen. Ja, du soll mal den Platz machen. Oh, ja. Entschuldigung. Ja, red mit dem. Dann kriegen wir vielleicht mal ne gute Attacke, wenn du mich gegen Sollen läufst. Lass mich da gegen Sollen laufen. Ich hab dir lieb. Ja, ich will mit der Spu. Wie war das oder was? Ach. Hast du deine Meinung geändert? Warum? Wir hatten unsere Meinung nie geändert. Du hast deine Meinung geändert. Wie siehst du, wie der das alles umdreht? In Ordnung. Dann lass mich deine Entschlossenheit testen. Kämpfe gegen mich und zeige mir deine Stärke. Ich kämpfe ernst. Du kannst jetzt nicht aufgeben. Das ist, was du wolltest. Dafür bringe ich dir eine spezielle Fähigkeit bei, wenn du mich besiegst. Wachse oder stirb. Fühlst du dich jetzt motiviert? Ja. Gib alles, was du hast. Das soll nicht langweilig werden. Und jetzt. Los. Los. Ja, wir hatten eine lange Leitung. Lass uns mal ein bisschen Zeit. Also, Siegesbedingungen. Reduziere Fikulose Gesundheit auf ein bestimmtes Maß. Nie Niederlagsbedingungen. Spieler TPI verbraucht. Zeit abgelaufen. Okay, dann hau drauf. Fünf Minuten hat man. Und du musst dein Leben unterhalten. Ich habe es in drei. Du hast zwei. Dann mache ich es halt in einer. Okay. Scann nicht viel rum. Hau drauf. Naja, ich weiß eh nicht wie man scannt. Das ist gut. Ich muss erstmal aufladen. Der lässt dir dann nicht viel Zeit für. Wie kann man aufschweifen? Kann man gar nicht. Scann ihn erstmal ein. Also, wie seh ihn an meine ich. Achso. Ja genau. Oha. Warte mal. Hab ich. Ah. Sehr gut. Das ist dem scheißegal. Noch weiter so. Sehr gut. Noch weiter so. Sehr gut. Noch weiter so. Und du sollst nicht ihn so frei hauen. Andersrum. Mhm. Treff irgendwie nicht. Mit der anderen Messergast du bist. Doch du hast zweimal getroffen. Wir wollen nicht getötet werden. Training mit Piccolo ist halt hart. Sehr gut. Und jetzt voll drauf. Du musst ihn ja nicht umbringen. Das ist schon mal sehr hilfreich. Dass Kim das alles scheißegal ist, ist auch hilfreich. Das ist ein Blockangriff. Als du dich angreifst, könntest du ihn mit der Sonnenforst abwehren. Okay. Da war ja was. Okay. Da war ja was. Immer aufhört sich locken, Mann. Ja, gibt's das. Es geht immer am Arsch vorbei, was du da machst. Verdammt, ey. Ich bin echt schwach. Und jetzt verstehe ich auch... Oh, du hast es geschafft! BAM! Also, dabei sagst du gar nicht mal mit deiner aus. Ja. Aber ich bin gut. Ha! Du hast ja noch die Hälfte vom Leben. Der hätte dich ohne Probleme umbringen können. Ja, Seran. War ja besser als nix. Hauptsache geschafft. Und Hauptsache ein Skill. Genau. Und was kriegen wir? Dann kannst du ja so... Böse Sprengung. Ach, das ist dieser Desinalkampf. So was reinmachen? Besser als Sonnenattacke, oder? Ja, stimmt. Und besser als der Angriff, den wir eh nicht einsetzen. Das reicht. Trunks hatte recht. Du hast Potenzial. Wie? Du willst wissen, ob ich wirklich versucht habe, dich zu töten? Bluff. Ich muss sehen, dass du den Kaioshin sehr Zeit... Äh, was? Der Zeitlicht runterziehst. Genau. Ich habe deine Stärke getestet. Du hast fürs Erste bestanden. Ab heute bist du mein Schüler. Ich werde dich nicht schonen. Die böse Sprengung ist umso stärker, je länger du sie auflädst. Aber vergiss nicht, eine neue Fähigkeit alleine macht dich nicht stärker. Wie stark eine Fähigkeit auch ist, wenn sie nicht trifft, ist sie nutzlos. Meine relativ böse Sprengung im Kampf, dann zeige ich dir mehr. Wenn du stärker bist, kämpfen wir erneut. Übe, solange echte Kämpfe. Bicolus, jetzt dein Meister. Und dann können wir wieder ab welches Level. Und ab wann? Wohan wir weg? Mal sehen, wie du das... Okay, anpassen. Anpassen. Fähigkeiten. Statt zur Anfaust. Böse Sprengung. Ja. Sehr schön. Hat er jetzt gespeichert? Ja. Gut. Ne, ne, noch nicht. Okay, und jetzt? Was? Oh mein, da stand eben was. Was dann? Zum nächsten Level 8. Zum... Achso, 8 XP wahrscheinlich noch. Ja, das kann sein. Gut, dann möchte ich mich jetzt hier nochmal prügeln. Ah, ne. Ich... Diesmal... Diesmal habe ich so um. Jetzt hast du ja böse Sprengung. Vielleicht klappt es damit. Genau. Aber merke, das wird... Mach dich nicht stärker, du musst treffen. Richtig. So. Sollte aber gar kein Problem sein. Hoffen wir mal. Gegen Piccolo, der hat's dir beigebracht. Richtig. Wer weiß, was auf ihn zukommt. Dein Name ist Kacke. Wird aber auch nicht in rote Kacke halten wollen. Das war gut. Mhm. Läuft schon mal besser. Gut, dass ich mich geduckt habe. Ja. Mach mal böse Sprengung. Ich wollte es, aber die lassen sich gut. Jetzt, jetzt, ey. Das war die böse Sprengung. Aber nicht von dir. Du musst es dann aufladen. Wenn man es dauert, dann wird es stärker. Das hat zumindest funktioniert. Dann werde ich mich gleich erstmal hauen. Los. Du packst ihn. Das ist doch gut. Vielleicht wenn er aufgeht. Was hast du getroffen? Ja? Ja. Gut, du hast ihn gleich. Diesmal schlägst du dich viel besser. Sehr schön. Ist ein kleiner Unterschied zu vorher. Ja. Nur geringfügig. Weißt du nicht? Ich wollte es auch gerade einsetzen. Ja, das ist jetzt ein. Ich will ja. Zensiert, da kann man sehen. Was auch immer ich getroffen habe. Ich glaube nicht. Du hast ziemlich viel Leben verloren. Ich weiß. Komm, gleich ist er tot. Dann erlede ich ihn jetzt einfach. Ich glaube, irgendwas hat gerade auf mich geschossen. Ich glaube, irgendwas hat gerade auf mich geschossen. Ich glaube, es kann einer von Goku. Ich hätte ja voll wieder nicht drauf gemacht. Ja, auch Goku. Okay, ja, tot. Jetzt bin noch der da. Der ist auch fast hin. Gleich hast du ihn. Komm schon. Schafft das. Der macht so komische Geräusche. Ja, der schreit. Das tut ihm halt weh. Das tut ihm mehr weh als dir. Warum willst du eigentlich nicht größer Sprengung? Okay. Ja, den haben wir gebraucht. Kommt ins Leben. Oh, jetzt kommt noch jemand. Ja, wir haben ihn geho- Ne, wir haben ihn geho- Ne, wir haben ihn geho- Ne, wir haben ihn geho- Hey, wir haben Ausrüstung erhalten. Bin nicht mehr gespannt welche. Ich hoffe, dass cool ist. Ein Blatt. Ich lade erstmal Energie auf. Genau. Äh, Raditz macht das schon. Ja, ich mein, das ist ein Kind. Ja, das Kind hat aber Raditz bleibt gemacht. Zumindest hat das einen guten Schlag gesetzt. Hab ich getroffen? Äh, hab ich ihn nicht hingedrückt. Ich glaube nicht. Pass auf, wenn ich verstehe. Jetzt hast du getroffen gerade. Sehr gut. Raditz, rette mich. Ja, aufpassen, ne. Stürbst du gar nicht. Wenn du nicht aufpassen. Jo, volle. Eintreffer. Immerhin. So ne Verschwendung, ey. Ja. So ne Kack-Attacke. Warum haben wir sowas? Ich will ne neue lernen. Pick oder bring mir ne neue bei. Egal was, alles ist besser. So, Folgeenergie. Sie folgt aber auch nicht wirklich. Vielleicht zu weit weg. Ja. Vielleicht ist die blaue genauso wie die Folgeenergie, wo es wenn du zu weit weg bist, dann wird das nichts. Möglich. Mach jetzt mal. Ups, das war die falsche. Egal, hat getroffen. Dann ist eh gleich Tom. Mach irgendwas. Mach irgendwas. Ja, angreif mich gerade. Ja. Gut. Mach irgendwas. Ich hab irgendwas gemacht. Ausgezeichnet. Das lief doch schonmal. Das ist es. Keep concentrating on your training. Hat das gerade Piccolo gesagt? Ja. Sie haben unser Meister. Ne, wir haben Stieg. Lass Papa in Ruhe. Ah, eine Aura. Müssen wir reinmachen. Wenn's hilft. Geh mal rein damit. Hm. Einfach. Ich habe Kakarot eine Lektion erteilt. Seinem Bruder trotzdem. Ich hab eh Kakarot gelesen. Ja. Kakarot eine Lektion erteilt. Ich esse dich. Er ist ein Schwächling geworden. Aber es ist jetzt gut. Wenn er mit mir Planeten jagt, wird sein Saiyajin Blut ihn wieder reizen. Wollen wir mal Planeten jagen. Hehehe. Hahaha. Der rennt zumindest nicht so schnell weg. Ja stimmt. Äh. Ausrüstung. Und Attribute großen. Z-Seele. Lass Papa in Ruhe. Z-Seele von Piccolo. Superschlagangriff. Wir haben keinen. Aber egal. Machen wir trotzdem rein. Und Attribute auch? Maximal Key? Oder? Ich weiß nicht. Lieber die Explosionsfallangriffe? Ja. Das ist die Frage. Oder? Naja. Uns fehlt ja eigentlich an Maximal Key. Ja. Soll wir da nochmal warten? Ja. Aber ich würd sagen eins. Dann bussen wir unser Leben ein bisschen. Na so ein kleines bisschen. Fähigkeiten haben wir keine neuen. Und jetzt? PQ. PQ. PQ-Formel. Nein, das war falsch. Wollen wir mal so einen Kampf machen? Was für einen Kampf? Online-Kämpfer? Offline-Kampf. Achso. Wir sind ja eigentlich nur gegen NPC. Achso, ja. Warte, wir haben auch noch Ausrüstung bekommen. Haben wir? Aber das war die... Ne. Doch haben wir. Ne, im Kampf haben wir was auch noch bekommen. Da müssen wir mal gucken. Da? Ne, das sind die Kampfanzüge. Nein. Da? Ne. Keine Ahnung. Hier? Ne. Vielleicht war das da mit gemeint? Keine Ahnung. Auf geht's, PQ. Warte, mach's schon. Ich mach das. Ich mach das. Was ist das? Und du. Putzen, putzen, putzen macht Spaß. Cool. Putzen. Okay, auf geht's. Bitte wähle eine Quest zum Annehmen. Oft geht aus dem... Mittroz ¡Gil Scratch! Boht Väster?